herzlich willkommen liebe freunde zu einer neuen runde flohmarkt in diesem video erwartet euch der zehn kilometer flohmarkt in elisabeth fehn wir waren fast sechs stunden unterwegs haben coole leute getroffen haben coole sachen gefunden wenn ihr bock habt lasst mir doch gerne ein abo da es würde uns enorm freuen und jetzt starten wir gleich rein ins video viel spaß ich weiß bloß noch nicht wohin damit ach da ja da guck ich gleich mal wenn da platz ist was sollen denn so die actionfiguren hier kosten jetzt 50 stück das ist gut das würde ich mitnehmen das wird nicht spannend 5 für 5 erster fund fünf figuren für fünf euro und dabei waren zwei fußsoldaten von den turtles von 2012 ein turtles bootleg michelangelo ich gehe mal davon aus dass es ein bootleg ist und zwei drang ball figuren einmal von 2001 und einmal von 1989 die trödelmauer nachher freuen ja die sucht zu schieber und so trödelmauer kommt nachher auch noch vorbei die fängt die fahrer von einer seite an hast du irgendwelche vollständigen masters dabei aber hier mini comics das haben wir das haben wir auch das kenne ich nicht das kenne ich nicht das kenne ich nicht und das ist guckt ob die alle original sind ja weil es gibt noch nachgedruckt mittlerweile brauche ich nicht du hast es ja so schön zugemacht ja sie sagt sie hat keinen vollständigen maß das ist dabei das ist es hätte ja sein können dass da irgendwie einer lohnt sich nicht sowas verkaufst du besser bei ebay kannst du mir mal einen preis für das machen das ist ein kompletter nicht so gut aber jetzt müssen wir mal nach unten wachen ein aber habe ich mich nicht einen puft sich für alles ja Was willst du für den Fußsoldat von den Turtles, der schwarze vorne haben? Den losen, ohne Waffen? Der schwarze, der neben den großen, nee, der rechts, der. Ja, cool. Vielen Dank. Dann kriegst du meinen einzigen 50er, wie bei den Zehner, ja, für dich hier, okay. Siehste, und genau die fehlt hier nämlich noch, dann hätte ich nachher wieder einen auf den Sack gekriegt, wenn ich den. Danke dir. Sehr lange schon gesucht, hier habe ich ihn endlich gefunden, und zwar den 1984er Marshmallow Man. Die meisten sind halt alle die von Playmobil auf dem Flohmärkte. Ich habe jetzt endlich mal einen von 1984 gefunden. Plus vier Masters Vintage Comics, die waren auch noch dabei. Bezahlt habe ich für die fünf Sachen 50 Euro. Ja, ist okay, war eine Händlerin, dafür passt der Preis für mich. Und ich fand die vier Sachen oder die fünf Sachen einfach, ja, überzeugend. Deswegen musste ich sie kaufen. Hinterher habe ich dennoch mal zwei Figuren gekauft. Einmal ein Golden Girl, das ist schon an die Trödelmama gegangen, für die habe ich es auch nur mitgenommen. Und nochmal ein Power Ranger, ein Vintage Power Ranger, ein Fliphead. Den habe ich mir auch nochmal gegönnt. Bezahlt habe ich für die beiden zehn Euro. Halt, Moment, ganz vergessen. Sie hat mir nämlich noch diesen Fußsoldaten von 1992 von den Turtles mit dazugegeben. Super Sache, vielen Dank nochmal. Was hättest du denn gerne für die Booster hier? Bitte? Was hättest du denn gerne für die Booster hier? Ja, was du da hättest. Sag was. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die habe ich schon ewig bei mir zu Hause, du. Weiß ein Euro zu viel? Pro Stück denn, ja? Ja. Ich habe jetzt gesagt, ich würde, wenn der Preis stimmt, sogar alle nehmen. Ja, dann sag mir doch ein Preis. Dann sag mir doch ein Preis für alles. Komm, erzähl. Puh. Du, keine Ahnung. Ich will sie loswerden. Seid ihr ganz ehrlich. Der erste Markt dieses Jahr für mich und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist jetzt nichts Besonderes. Es ist witzig, die auszupacken. Ist jetzt aber nichts irgendwie... Ja, ich habe da keine Ahnung. Ich habe die mal gehabt von anderen Kollegen. Ja, ich sammle so ein bisschen Karten. Ist jetzt nichts Besonderes. Aber bevor ich irgendwie nicht keine Karten finde. 2018 sind die. Ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Jahr. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ne, das ist das Jahr, wo die Guten schon weg waren aus den 90er und die Neuen von heute noch nicht da sind. Das sind eigentlich aus den 90er Jahren. Aber das ist ja keine Karten. Ja, aber das ist was anderes. Ja, weiß ich nicht. Sag was für alles. Weiß ich nicht. Was ist dein... Ich will dir ja auch nicht zu nahe treten. Nein, sag was die Werte. Ganz ey, ganz ey. Was sie mir wert sind. Was sie mir wert sind. Was sie mir wert. Weiß ich nicht. 25 Euro. Keine mit. Weg. Echt? Ja. Dann nehm ich das. Dann packen wir nachher. Aber die drei auch nimmst. Dann nimmst du alles mit. Dann packen wir nachher Karten raus. Was hält's davon? Ja. Dann können wir den da besser reinpacken. So, du hast vielleicht deine Freude. Das hoffe ich. Das hoffe ich, ja. Das hoffe ich. Ehrlich gesagt, ich kenn die gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die schön aussehen, die Karten. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht sind das auch alles Müllkarten. Aber ich danke dir. Was kostet denn da deine verpackte Figur hier vorne? Die hier. Die hier. Ja. Ich bin das mit dem Internet ausgegangen, ne? Aber ich hab geguckt, ob das Pferd da wäre. Willst du was da reinstellen? Das kannst du auch für 500 reinstellen. Kannst du auch deine alten Socken für 400 reinstellen. Ja. Vielleicht kriegst du die. Für Fetischisten vielleicht, ja. Weiß ich. Wenn du mir 30 gibst, dann geht's auch weg. 30? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung von dem. Ich auch nicht. Null Ahnung. Ich hab nur geguckt, wie sie wirklich verkauf werden. Nicht, weil reinstellen kannst du für 500, aber dann geht's auch nicht. Von wann sind die denn? Leider steht da auch nichts drauf. Von 90er. 30 Jahre, meinte ich. Doch, müsste draufstehen eigentlich. Ne, ich hab schon geguckt gerade. Da steht nichts drauf. Steht nichts drauf? Guck doch mal bei denen jetzt. Aber das ist wieder was anderes. Die kommen alle von einem Sammler aus. Die haben die Jahre gesammelt. Aber das ist wieder was anderes hier. Okay. Das ist wieder was ganz anderes. Ja, da hatte ich auch sechs Stück von, die anderen waren weg. Auch nicht heute. Schon länger weg. Ja. Und was willst du für diese Kollegen hier haben? Drei Euro? Ja, das ist wunderbar. Ah. Ist nicht gut. Müssten glaube ich die gleichen sein, ne? Sind glaube ich die gleichen. Ich guck nur, ob... Vollständig ist keine Ahnung. Der hier nicht. Nicht? Ne. Aber ist auch nicht schlimm. Beide fünf. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich danke dir erstmal, ja? Danke dir auch. Viel Erfolg noch. Ich bin froh, dass ich dafür hoch bin. Ach, hier. Guck mal. Guck mal hier. Ne mit. Schenk ich dir. Echt jetzt? Ich schenk ich dir. Cool. Die ist geil. Die ist richtig retro von den Farben her. Ja. Guck mal hier. Ich danke dir. Kein Problem. Viel Erfolg, ja? Danke. An dem Stand konnte ich meiner neuen Leidenschaft Trading Cards nachkommen. Und zwar habe ich hier einmal stellvertretend für euch die leere Packung. Wir haben die nämlich schon alle geöffnet. Booster gekauft von 2008. 62 Stück an der Zahl. Plus dreimal diese Power Ships Boxen. Alle drei sealed. Für das Trading Card und Chipset habe ich 25 Euro bezahlt. Ich habe dann aber nochmal hinterher diese Mighty Max Boxen gesehen. Und das Geile ist, genau diese Box habe ich gehabt. Die eine ist vollständig. Bei der zweiten fehlt der Mighty Max. Das Monster und die Spinne wie ihr seht ist dabei. Mega cool. Bezahlt habe ich für die beiden 5 Euro. Und das ist denke ich ein Oberschnäppchen würde ich sagen. Und wo wir dann gehen wollten, habe ich noch diese geile Vintage Nintendo Mario Tasche gesehen. Und habe die einfach nur in die Hand genommen. Und dann sagte der gute Mann, ja schenke ich dir. Nehme ich mit. Ich kann euch sagen, das war sowieso irgendwie der Tag der Geschenke. Also von daher, Grüße gehen auch hier nochmal an den Herren raus. Sieht ihr eh nicht. Aber trotzdem, vielen vielen Dank. Das war ein Geschenk. Ich halte. Also die Preise die da dran stehen davon die Hälfte. Also hier wäre das jetzt. Wie viel? Was steht dran? 40 Euro. Das ist eine angesagte Marke. Ich kenne die gar nicht. Sie kennt die. Ja, Spooks. Reiter kennen die wohl. Ja. Ne? Das ist eine Reiterfirma oder was? Sieht ihr aber auch so an, weil die qualitativ in den Schwitzen nicht. Ja sicher. Es muss ja nicht nur zum Reiten sein, aber es ist Reitbekleidung. Ja ja. Okay. Nehmt sie mit? Gut. Nehmen wir mit. Das sind Restplosten. Ja. Meine Freundin hat auch eine Kleinigkeit gefunden. Und zwar diesen niegelnagelneuen Spooks Pullover. Ich kannte die Firma jetzt nicht. Ich habe mir sagen lassen, das ist hauptsächlich Reitbekleidung. Aber ich kann euch sagen, der fühlt sich mega gut an. Bezahlt hat sie für den 40 Euro. Da war noch ein Preistag dran von 80 Euro. Er sagte die Hälfte für alles. Und ja, ich wollte handeln. Meine Freundin nicht. Sie sagt, die Dinger sind wirklich teuer. Das glaube ich ihr einfach mal. Wie gesagt, ich kenne mich mit der Marke gar nicht aus. Sie hat sich gefreut. Pullover für 40 Euro. Was hättest du denn gerne für die Spiele da? Da wird allgemein doch was draufsteht. Da steht leider nichts. Oder kann ich das nicht sehen? Sehe ich das einfach nur nicht? Ach, da steht was drauf, aber das erkenne ich nicht. Ich habe auch keine Brille mit. Das hier? Ne, das Joshi's Islander. Was steht da drauf? Steht da drauf. Was steht da? 23 oder was steht da? 23, ja. Kann ich das mal sehen? Na klar. Da habe ich nämlich noch die OVP aus meiner Kindheit. Das würde ja wie die legendäre Faust aufs Auge passen. Ja, aus meiner Kindheit habe ich irgendwo mal auf dem Dachboden die OVP davon noch gefunden. Aber das Modul habe ich nicht mehr. Ja. Das ist gut. Und was nimmst du hier für das hier? Steht da drauf. 79. Super Mario Land. Guck mal 49 Mark hat das früher gekostet. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ist da alles drinne? Weißt du das? Ja, das einzige was fehlt, aber das wirst du als Profi haben, ist das Plastik-Inlay. Ansonsten Anleitung ist drin. Das Papp-Inlay fehlt. Das war mit Plastik, wenn mir nicht alles fehlt. Ne, Pappe. Sicher? Ich glaube schon. Aber ich habe es auch. Ich glaube Plastik. Pappe hat es dann in der 7-Coins-Edition oder so. Leider habe ich es aber auch nicht. Echt? Ne. Ich fange da gerade erst mit an. Mit Games sammeln fange ich gerade erst an. Ja, aber das kriegst du relativ schnell hin. Aber ansonsten Modul stoppt, Anleitung stoppt. Wenn du es klingt nicht aufmachst, darfst du auch rein gucken. Ne, ich glaub dir das. Was wäre denn dein Preis für das beides zusammen hier? Ich guck dir jetzt doch mal rein. Ja, das sind schon Preziosen, ne? Möchtest du das mal öffnen, bevor ich da irgendwie... 95? Ja. Da guck dir die Hülle an, ne? Ja. Da guck dir die Hülle an, ne? Da sind die kleine Stoßkanten. Ja. Da sind wirklich noch gut. Philipp? Ja. 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 Das sieht schon gut aus. Ah. Die Leitung ist auch dabei. Die Laschen nicht rausgerissen. Also wenn du überhaupt mal den OVP siehst, dann sieht er meist aus wie der Mario Kart hier. Oder noch schlimmer, ne? Den Zustand zu finden ist schon echt wahr. Aber der Zustand sieht echt gut aus, ne? Wirklich. Wirklich. Da sah er manchmal bei Karstadt früher schlimmer aus. Die waren ja nie eingeschweißt. Die waren ja nur so abdingern da. Okay, ich schmoll sie wieder da rein. Machst du 80 für die beiden? Wie gesagt nicht in dem Zustand. Also das ist heute Abend weg zu dem Kurs. 85? 90. 90. Aber wirklich, wirklich keinen Cent drunter. Was sagst du? Das sieht schon top aus, ne? Ist das zum Hinstellen dann in die Vitrine? Das ist zum Hinstellen in die Vitrine, ja. Das wäre mein erstes Gameboy-Spiel in OVP. Ja, das ist zum Hinstellen. Das ist mit Sicherheit schon eins der Besten da vielleicht zu Beginn der Sammlung, ja. Ja. Den Aufkleber kriegen wir vielleicht noch runter. Naja, wenn wir den guter bekommen. 90. Ja, 90 können wir machen und da hast du wirklich ganz schöne Teile. Ja, hallo. Das ist halt super Mario-Land, ne? Halt mal eben. 20. 40. 60. 80. 80. 90. 10 Uhr mal nach, hast du das? Wunderbar, alles klar, danke schön. Dann ganz viel Spaß damit und noch schönen Tag, ne? Ja, viel Erfolg wünsche ich dir. Ciao. Hier habe ich mich mal weit aus dem Fenster gelehnt und habe mal ein paar Games gekauft, was ja eigentlich gar nicht so mein Gebiet ist, wo ich auch eigentlich gar nicht so den Plan von habe, aber ich habe seit längerer Zeit Yoshi's Island schon gesucht, weil ich, wie ich im Video schon gesagt habe, die OVP aus meiner Kindheit dafür gefunden habe. Und ja, das wollte ich natürlich ganz gerne vervollständigen, das kann ich jetzt. Er wollte, steht auch hier drauf, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, 23 Euro, ich glaube nicht, dass man das erkennen kann, 23 Euro für Yoshi's Island. Ich habe dann aber noch diese Mario Land OVP mitgenommen, falls ihr das sehen könnt, hier steht 79 drauf, die ist wirklich im tollen Zustand, die Anleitung ist im tollen Zustand, das Modul ist im tollen Zustand. Leider fehlt das Inlay, muss ich mir mal besorgen, ich werde jetzt nicht anfangen, hier richtig Hardcore-Spiele zu sammeln, aber so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele vielleicht, die ich als Kind gefeiert habe, möchte ich auch ganz gerne ein OVP haben und ja, Super Mario Land, wer hat es nicht gefeiert? Und ich habe mir gedacht, die OVP ist wirklich sehr schön noch, ja, nimmst du es jetzt einfach mal mit, machst du es jetzt einfach mal. Bezahlt habe ich für die beiden Games zusammen, 90 Euro, war jetzt kein Schnäppchen, ich denke mal, der Preis war einfach okay, das Glück kann man, glaube ich, auch mal bei Ebay haben oder so, die beiden Games für diesen Preis zu schießen, aber ich war da, ich hatte sie in der Hand, habe ich mitgenommen und bin auch sehr zufrieden. Eine, ja, ich habe mal eine, ich will sie besorgen, ich will sie besorgen, ich will sie besorgen. Was nimmst du hier für die Games? 7 Euro Stück. 7 Euro Stück? Ja. Und was hast du hier noch? Da musst du ihn gucken, hier ist japanisch alles, die Seite, da ist ein bisschen deutsch, hier habe ich noch Dings, Dings, Dings. Okay. Die hast du schon angeschaut, ne? Ja, ja, da kannst du, was nimmst du für das hier? 30. 30, okay, könnte ja. 20. Ich glaube, da ist nichts für mich bei, ist noch mal was hier für ein Fünfer, ja. Ja, sicher, sämtliche Spiele können offen noch stehen, außer die eingepackten. Die sind komplett, auf alle Fälle. Ich danke dir. Warte, aber nicht. Und gleich das nächste Game, Cybernator oder Cybernator, je nachdem, wie man es gerne hätte. Kein teurer Titel, weil nach dem habe ich schon länger geguckt. Ich habe dieses Spiel als Kind mega gefeiert. Ich habe es bis jetzt noch nicht angezockt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so gut ist wie früher, ich denke nicht. Aber egal, das kostet, denke ich mal, ja, ich habe es gesehen, so zwischen 12 und 20 Euro. Fünfer, denke ich, ja, kann man machen und habe ich auch gemacht. Bin ich sehr froh drum, habe ich schon sehr lange gesucht, hat mich sehr gefreut. Moin. Wenn hier Super Mario Kart bei sein sollte, was nimmst du dafür? Ja, habe ich dabei. Für Super Nintendo suchst du. Ja. In sehr gutem Zustand, 40. Ich habe es nochmal in nicht so gutem Zustand, funktioniert aber einmal steif für 30. Okay. Ist das der nicht so gute Zustand hier? Ja, das würde so 30 gehen. 30? Das funktioniert aber einwandfrei. Ja, aber das ist ja... Die Teste sind ja alle. Das ist ja katastrophal. Okay. Moin. Was nimmst du für deine Kassetten hier? Euro oder Stück. Euro oder Stück. Auf der anderen Seite sind die andere Fahrt. Falls es interessant ist. Andere sind auch noch. Ich weiß nicht für Musik und hier sind zur Geschichte. Okay. Die nehme ich mit hier, die beiden. Ja. Ich bedanke mich. Danke dir. Zwei Hörspielkassetten, die Filmations Ghostbusters Nummer 2 und 3 für 2 Euro. Kann man machen, denke ich. Moin. Moin. Was sitzt du für die N64? 55. 55. Alles dabei oder? Alles dabei. YouTuber? Ja. Toi-Tanner? Ja. Du hast dir geschrieben, was du planst. Du warst das oder was? Ich war das. Ja, siehste. Das meiste ist schon weg. Ich hatte hier getürmt. Spiele. Super Nintendo aber nicht. Nee, das ist heute Morgen schon weggegangen. Die ganzen Spiele hier. Komm. Ach komm ey. Wann heute Morgen? Hä? Wann haben die heute Morgen schon leer gekauft hier? Wir wollten schon um halb fünf hier in den Dagen rein. Habt ihr was? Habt ihr was? Das ist nur in zwei Stunden wieder. Das ist doch scheiße ey. Da kannst du erzählen, was du willst. Also mein Stand kommt auch rein, ne? Du bist gerade drauf. Du darfst doch gerne was sagen, wenn du möchtest. Das ist doch scheiße, Mann. Das ist kein Original. Nee, hab ich gerade geguckt. Das wäre vielleicht. Ah, genau. Okay. Sag mal, oh, Entschuldigung. Ich bin hier gerade auf den Fuß getreten, ne? Sag mal Hallo für die Community. Hallo. Hallo. Na? Na? Wenn man nicht alles trifft auf dem Flohmarkt. Ja, du, einfach so ganz spontan, du. Ganz spontan, du wussten überhaupt nicht. Hätte ich überhaupt nicht dran, also da hätte ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Ich, nein. Ich dachte gerade, ich habe leider Glück und hier sind noch andere Figürchen nach unten, ne? Weil hier sind echt... Die Pokemon-Figuren, von den ersten, die weg waren. Da waren schon Fotie-Welche da. Oh, sie hatten noch welche. Eine hast du. 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 Ne, hier, die hier fand ich gerade so cool. Ja. Cap Future, die ist cool, ne? Ja, deswegen werde ich gerade so spielen. Cap Future. Ja, aber da hast du nicht noch mehr von drin gehabt, ne? Ne. Was willst du für Bray Wyatt? Bray Wyatt? Bray Wyatt? Zehner. Zehner? Zehner. Okay. Moin. Was wollt ihr für die OVPs hier haben oder für die hier? Für die 180. Für die hier und für die? 250 hätte ich da gerne für. Ist da alles drin? Kannst du gerne nachgucken. Nee, brauch ich nicht, wenn du das sagst. Aber auch die Qualität kannst du mal anschauen. Wie sieht denn die so aus? Oh, oh, Entschuldigung, das hab ich nicht gesehen. Alles gut. Leg die einfach hier hin und dann kannst du die so rausholen würde ich sagen. Nö, ich brauch die gar nicht. Die OVP ist mir viel interessanter. So, die Konsole sieht da auch natürlich vorbei aus, ne? Bedienungsanleitung, das Originalspiel, Controller, alles dabei. Auch original Netzteil. So, bevor es jetzt weitergeht, muss ich euch noch mal ganz kurz eine kleine Story erzählen. Und zwar, geht ganz schnell, ich bin sofort damit fertig, habe ich auf diesem Flohmarkt vorher, bevor ihr jetzt das nächste Video seht, David und Mareike getroffen. Ich glaube, sie hieß Mareike. Entschuldigung, wenn sie nicht Mareike hieß, aber ich meine, sie hieß Mareike. Auf jeden Fall hieß er auf jeden Fall David. Haben uns sehr gut unterhalten. Haben natürlich auch darüber gequatscht, was wir gefunden haben und was wir eigentlich suchen. Und er steht eher so auf Games, ich eher so auf Spielzeug. Und habe ihm aber gesagt, dass ich gefühlt jeden Stand auf dem Flohmarkt nach dem Mario Kart gefragt habe. Wie ihr das vorher auch schon gesehen habt, in einem Clip vorher. Die Preise waren unterirdisch zum Teil. Und dann haben wir uns nicht verabschiedet, sind weitergelaufen. Und dann kam uns Mareike hinterhergelaufen und sagte, hier, 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 komm mal wieder zurück, bleib mal stehen. Mein Mann hat da was gefunden. Und dann ist das passiert. Und er hat gerade Mario Kart gekauft oder was? Ja, irgendwie, ja. Keine Ahnung. Kann ich dir das finden? Ja, klar. Hab ich übersehen, wa? Hab ich übersehen, wa? Schenk ich dir. Nein. Doch. Nein. Was hast du bezahlt? Alles cool. Nein. Nein. Was hast du bezahlt? Toll ist in Ordnung. Digga. Alter, danke. Nein, Alter, ist okay. Nein, das ist geil. Doch, Mann. Ich hab gebandelt mit dem. Alles cool. Was hast du denn bezahlt? 20 pro Titel. Ja, ich geb dir 20. Quatsch. Schränk ich dir. Als Spende. Alles cool, Mann. Du bist ein cooler Kumpel, du gefällst mir. Vielen Dank. Gerne, Mann. Geil. Wir können heute Abend Mario Kart spielen. Dankeschön. Sehr gerne. Geil. Wir freuen uns sehr. Vielen, vielen Dank. Das wird extra erwähnt. Definitiv. Wie geil ist das denn? Alles cool. Aber du hast ja gut gehandelt, wa? Ja, vor allen Dingen, weißt du, was der andere dafür wollte? Der wollte 70 dafür haben. Ah, die Light. Kenn ich auch nicht. Mega geiles Game. Jump and Run, oder was? Ja, so ein bisschen wie Donkey Kong in der Richtung. Okay. Kennst du ihn? MK-Konsolenmarkt? Emden? Bei dem hast du letztes Jahr eine Konsole gekauft. Der hat auch einen Laden. Bist du da so dran vorbeigelaufen, oder? Ich bin da, glaube ich... Ja, ich... Irgendwann nicht zu viel. Weißt du, ich hab heute bestimmt nach 10 Mario Karts, ich hab keinen Bock mehr. Jetzt hast du's. Jetzt hast du's und brauchst nicht mehr gucken. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Aber das muss ich, ich kann dir das Geld echt machen. Alles gut, Tenner. Wenn ich das sage, ist das so. Also das mach ich beim nächsten Mal, wenn du mal an meinen Videos... Wenn du mal an mich denkst. Wenn du in meinen Videos mal irgendwas siehst. Ja. Was dich interessiert. Ja. Dann schreib mich ruhig an. Ich bin halt ein großer Mario-Fan. Mario, ja. Es gibt keinen größeren. Also das ist das Schlimmste, was... Mario ist der Größte für mich. Hast du Bilder von meinem Zimmer, eventuell? Nee. Nee, ne? Von meinem Zimmer? Man nennt es Bonus. Einfach mal Mario Kart, ey. Meisterwerk, ey. Geil. Krasser Typ, Alter. David hat mir einfach mal so Mario Kart geschenkt. Alter Schwede. Vielen, 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 vielen Dank nochmal. Total krass. Wie gesagt, Mareike kam uns hinterhergelaufen. Wir sind zurückgelaufen. Er kam einfach an. Ihr habt es gesehen. Hier ist deins. Check ich dir. Hast du gesucht. Hier ist es für dich. Bezahlt hat er dafür 20 Euro, sagt er. Hat sich noch ein anderes Game gekauft. Hat gebundelt. Hat mir das einfach geschenkt. Ähm. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm. Auf jeden Fall, was ich dazu sage. Schreib mich bitte an bei Insta. Ähm. Sag mir bitte, wer du bist bei Insta. Ähm. Ich weiß es nämlich leider nicht. Ich habe versucht es rauszukriegen. Ich habe es leider nicht rausgekriegt. Schreib mich bitte bei Insta an. Und ähm. Ja. Ähm. Das möchte ich ganz gerne wiedergutmachen. Und ähm. Ja. Und äh. Vielen vielen Dank an die beiden. Mega cool. Mario Kart. Leute. Mario Kart. Was soll ich sagen. Moin. 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 Dann mach 22. 25 ist mir echt zu viel. Dafür ist der Zustand echt. Fünfer pro Stück ist dann wirklich der Zustand nicht so. Mach zwei... 23. Ja komm, 23. Aber auch... Schade. 1x2, Moment. Ja. Super, danke dir. Das war auch ein guter Deal. Da gab es wieder ein paar Actionfiguren. Ja, sind zwar bespielt. Hier haben wir einmal Yugo Suna. Aber für ein Fünfer das Stück, beziehungsweise habe ich ja noch nicht mal bezahlt. Ich habe jetzt für fünf Stück 23 Euro bezahlt. Hier, ich zeig's euch einfach mal jetzt mal so. Der Move funktioniert bei allen. Mehr schlecht als recht. Bei Bam Bam Bigelow, der kommt gleich noch da nicht so gut. Aber der Move funktioniert auf jeden Fall noch. Das ist das Wichtigste. Und ja, Bam Bam und Yugo Suna, wisst ihr selber, die kriegt man mittlerweile auch nicht mehr. Unter 20, 30 Euro zum Teil. Das war ein super Deal. Und ja, da kann ich mich absolut nicht beschweren. 23 Euro für die fünf Kollegen. Super Deal. Eingesagt. Die Trödel-Mama und ich haben natürlich auch wieder für den jeweils anderen Ausschau gehalten. Ich habe was übersehen. Wir haben von zwei Seiten angefangen, damit wir uns ja auch gegenseitig, sag ich mal, ja nicht ins Gehege kommen. So war es einfach entspannter auch, denn man konnte rasieren von beiden Seiten. Und sie hat was gefunden, was ich übersehen habe. Und zwar, ich hoffe der fokussiert, äh, Wrestling-Anstieger. Der fokussiert wahrscheinlich nicht. Ähm, Undertaker, Yugo Suna und Bret Hart. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich weiß gar nicht mehr, was sie dafür bezahlt hat. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, vielleicht zeigt sie das noch in ihrem Video. Ich weiß es nicht. Sie hat mir auf jeden Fall noch mehr mitgebracht. Das habt ihr in ihrem Video schon gesehen. Ich habe jetzt mal stellvertretend hier den Shaquille O'Neal mit dem Orlando Magic Stand hier für euch hergeholt. Insgesamt waren das, ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Vier Stück, ne? Ja, vier Stück. Äh, mega cool. Die hat sie mir auch noch gegeben. Und, äh, ja, ich, Dully, habe natürlich das Tauschpaket für sie und für ihren Männer natürlich zu Hause liegen lassen. Ja, ich weiß, äh, nicht hauen, ich schicke es noch mit der Post. Geht auf jeden Fall raus. Auf jeden Fall vielen Dank für die Sachen. Äh, war ein geiler Tag. Und, ähm, ja, ihr seht das bestimmt bei ihr auch noch. Äh, die waren auch eigentlich zufrieden. Mega cooler Tag. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das Wetter hat mitgespielt. Es ist trocken geblieben. Wenn ihr bis hierhin drangeblieben seid, lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo da. Oder ein Like. Oder ein Kommentar. Oder alles drei. Würde mich natürlich übelst freuen. Es wäre ein Träumchen. Seid beim nächsten Mal wieder gerne dabei. Ihr wisst Bescheid, wenn es wieder heißt, eine Runde Flohmarkt, ne? Bleibt gesund. Und... Haut rein! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!